unser erstes bescheidenes Feld wird errichtet. Wir wollen das ganzen Amt dann nach und nach die Infrastruktur für echtes Backwerk errichten und damit herzlich willkommen zurück zu so dann schauen wir doch mal was das hier alles bringt immerhin, wir haben schon wieder eine neue Familie die können wir dann auf jeden Fall hier auch so tun wir dann ja schließlich, dass das fällt auf jeden Fall ich weiß immer noch nicht wie wir jetzt an Geld reinkommen sollen aber wir schaffen das 13 Monate sind wir mittlerweile übrigens schon da bin ich fast dran, da kann ich noch hin ja, na gut Clubs also ich brauche einen Gelb achso, hab ich hier ganz das wollte ich noch bauen Storehouse der Moller ja auch, das bringt natürlich nicht so viel das es so ist aus zu also Vielen Dank. Aha, aha, aha. Gut, also, meine Stadt wechseln. Ich würde gerne... Das muss hier weg. Ich weiß nicht, wie ich das da wegkriege. Vielen Dank. Und dann... Commodities. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nein, da nicht, sondern eher da. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. 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 Sure. 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 Okay. So. 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 So.